gut ohne quest diesmal mit sinon aber diesmal bin ich schlau auf euren level die mal ein bisschen ich habe nur noch punkte für 90 level 210 sollte reichen von der waffe kann ja auch im kampf noch eben wechseln und die nebenaufgaben vor der hauptaufgabe weitermachen nein hier Ich habe schon einen richtigen Charakter ausgesprochen. Ich habe viele Schöpfe aus dem ganzen Schöpfen gelegt, ja. Alvheim ist ein Mensch. Es gibt keine Geschichte, aber es gibt viele Möglichkeiten. Ja, das ist auch alles, dass die Kardinal selbst gemacht hat. Ja, das stimmt. Kirito hat auch schon erwähnt, die die Kirito brauchte, die Kirito haben. Oh, wirklich? Ja, das ist ein Kirito. Also, dass es ein Kirito-Kirchen ist. Das ist eine Kirito-Kirchen, aber es ist ein Kirito-Kirchen. Die Kirito-Kirchen-Kirchen ist ein Kirito-Kirchen. Die Kirito-Kirchen-Kirchen ist ein Kirito-Kirchen. Das ist ein Kirito-Kirchen. Ja, in diesem Weltraum gibt es viele Menschen aus dem AllbHeym. Es gibt viele von anderen Menschen, die die Kürchen-Kirs und der Interesse sehen. Also, die Toy-Kirchen-Kirchen-Kirchen, die die N.P.C. von etwa aus dem K kritik. Genauso ist meine Nachbarer Das ist ein Erstaunliche Gerchen-Kirchen. Es ist ein Geist, oder es ist ein Geist, das in der Welt der Welt der Welt. Das ist das, was ich? Geist? Das ist ein Geist, der Kirito hat, dass es ein Geist, die Kirito hat, die Kirito hat. Ich verstehe. Und noch ein paar Mal. Ich habe eine interessante Geschichte gefunden. Was ist das? Das ist das. Jetzt wieder ein Ortswechsel. Ist aber schneller. Das war ein bisschen früher. Das heißt, das war die PIXIE-Geräusche. Die PIXIE-Geräusche hat sich verloren. Das war so. Die PIXIE-Geräusche hat sich immer noch viel zu sehen. Die PIXIE-Geräusche hat sich immer noch viel zu sehen. Ich weiß nicht mehr so. Okay, wir müssen uns mit der Pixie-Welt ein bisschen umsehen. Sieht alles trostlos aus, wie immer. Gut, nach einer Waffe wollte ich noch mal gucken. Diener und Ausrüstung. Sperr, Dolch, Bogen. 51. Alles nicht so die Welle. 716, das ist mal wenigstens was. Spendigkeitsring. Amulett, habe ich noch ein Amulett? Sehen wir mal, wie sie sich so mit ihrem Bogen so ein bisschen schlicht. Welche Level haben denn die Gegner? Da ist schon einer. Ach, 140. Kann ich mal Skills benutzen. Ruht ja gar nicht. Mal gleich 3 auf 1 Streichel geben. Da waren die gerade stärker. Wollen wir mal sagen. Oh ja, ich bin 180. Oh, ich bin das Besonderes. Ups, habe ich den denn nicht getroffen. Den davor habe ich erwischt. Ah, eine Kiste. Oh, ich habe ein Teller. Ich bin ein paar Kiste. Ich bin ein paar Kiste aus dem Anbieten. Und wie viele es aus dem Homeboden angeht. Ich bin ein bisschen wachwach. Aber ich bin ein paar Wachstum. Ich habe das Buchstaben gelegt, aber ich habe es nur noch nicht gelegt. Also, ich habe es nicht verletzt. Wait, ich habe es noch nicht verletzt, dass ich hier noch nicht verletzt habe. Ich habe es nicht verletzt. Ich habe es nicht verletzt, aber ich kann es nicht verletzen. Ich kann es nicht sagen, wenn man die Zeit verwendet hat, aber ich kann es nicht schlafen. Ja, natürlich. Ich versuche es. Wir haben die PIXI-Einschaft von diesem Land geflogen. Wir haben die PIXI-Einschaft von der Erde geflogen. Wir haben das hier geflogen. Ich habe es entschieden, dass sie sich nicht mehr auf dem Weg geblieben sind. Ich habe es gemerkt, dass sie nicht mehr auf dem Weg geblieben sind. Aber ich habe auch keine Angst, dass sie uns nicht mehr auf dem Weg geblieben sind. Warum? Ich habe es nicht mehr auf dem Weg geblieben, dass sie uns die Welt zu verletzen sind. Ich bin der Welt. Der Welt? Was ist das? Ich denke, wir werden in der nächsten Zeit, die Zeit der Geistung des Geistung des Geistung des Geistung des Geistung des Geistungs-Bereichs. Das ist das alles. Okay, wir sind wohl hier noch nicht fertig. Boah, wer hat mich mit dem Stein beschmissen? Wer war das? Ihr hier? Hammer, ihr spinnt ja wohl. Ach, beschmeißen. Wo kommen wir denn da hin? Hau doch drauf da, er geht schneller. Ich glaube, ich bin gleich ein Speer, da kannst du mehr Damage machen. Hier geht es zurück, aber ich will ja nicht zurück. Glaube ich. Au. Achste, da geht es glaube ich rauf. Lass mal hier gucken, ob ich da noch was tolles zum Muten hier. Oh, weg. Weg. Ich muss hier durch. Boah, die hat mir voll da mit Kegel geklappt. Wer hält aber gut was aus? Ist doch ein Schneid, ne? Vergiftet. Oh, vergiftet. Schuhregeln oder so. Irgendwie sowas. Oh nein, hier. Gehen geht es wohl hier weiter? Ja gut, so schwer sind die hier nicht. Wenn ich mal so rumhampeln würde, nimm mal. Nein, nehmen dann den Marmor schon mal. Bin mir sicher, die Kiste kenn ich. Oh, 30 Gallertropfen. Das freut doch die Börslinge. Sagt uns das, wir müssen noch mal alle Dungeons abgehen. So. Nicht eben, aber leider. Das wollt ihr bestimmt nicht sehen. Aber für die Küsten braucht man die farbigen Kugeln. Jetzt haben wir ja alle. Oh, hier ist gar keine Kiste. Auch keine. Aber gut, dass man für den Nebenquests noch mal wiederkommt. An Orten, denen man schon mal war. Ansonst, wo soll man sich das alles merken? Boss-Time. Oh, da müsst ihr euch immer unterhalten vorher. Ja. Oh, die Gefühle von jetzt, von dem Monster. Oh, den Schaden noch ein bisschen senken. Jetzt schauen wir drauf. Oh, den Schaden noch ein bisschen. 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 Wir haben jetzt eigentlich davon drei. Oh, den Schaden noch ein bisschen. Oh, den Schaden noch ein bisschen. Kirito. Oh, den Schaden noch ein bisschen. Oh, den Schaden noch ein bisschen. Aber es ist nicht so, dass die Quests noch weitergeht. Ja, das stimmt. Na gut. Willst du noch eine Anrufe? Ja. Ja, ich glaube, dass jemand von jemandem ist, dass er nicht so gut ist. Shino, danke. Ich bin auch so interessiert, dass ich mich auch. Wie ist das, Shino? Wenn man VR-MMO macht, kann man es nicht interessiert. Ich glaube, Shino hat es ein Kett-Seat, und ich glaube, dass er die Schmerzen ist. Ich glaube, das ist gut. Ja, das stimmt. In der Mitte ist es auch ein schweres F-Dive zu verschlechtern. Aber ich denke, dass es sehr gut in diesem Weltraum ist. Was ist das? Ich weiß, dass ich das現es Leben. Ich denke, dass ich mit dem Angriffen von der Anwendung so sehr verletzt bin. Ich verstehe. Ah, ist nicht schön. So, mal auf Rate gucken. Ah, dahin ist noch eine Versache. Ich hab die schon sehr spät. Ich hab die schon sehr spät. Wer ist diesmal der Glückliche? Okay, da brauch ich nicht aufleveln. Da ist ne Kiste. Hey. Warte auf, wo noch Burstpoint? Na ja. Na ja, na ja. Könnte auch weniger sein. Ja, weiter geht's. Kirito, ich habe gehört, von SINON. Ich weiß nicht, dass ich das nicht wissen. Ich habe mir geöffnet, dass ich die Messe an den Anruf geöffnet habe. Ich glaube, das ist das. Das ist das, was ich und Leifa. Das ist die ALO-Capture-Gastung. Das ist das, was ich. Ich glaube, das ist das. Danke, Asuna. Das ist das, was ich an den Anruf geöffnet haben. Ich glaube, das ist das, was ich. Also, Kirito, ich bin jetzt hier. Kann ich auch mit mir sein? Ja, natürlich. Es war auch kompliziert, an die Spielerliste zu kommen. L1 und Option gleichzeitig drücken. So kann ich mir noch nicht merken. Ja. Vorher habe ich es einmal, glaube ich, ausprobiert. War nicht so toll. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Ja, genau. Ich dachte, ich habe es sofort gesehen. Aber es ist sehr schwer. Ich habe mich nicht zufrieden. Ich gehe mal auf. Ja, genau. Ich habe mich noch mit einem neuen Mal gesehen. Ich habe mich nicht so gesehen. Ich habe mich mit einem anderen. Was? Oh! Was ist das? Was ist das? Ah, Asuna, bitte. Ich habe es vergessen. Das ist, dass ich mit Asuna bin. Was ist das? Oh mein Gott, was soll ich sagen? Ich bin sehr froh, Kirito. Asuna... Kirito... Huh? Huh? Was ist das? Asuna, lass uns das. Was ist das? Was ist das? Ein Lichter? Oh, das kann ich auch so sehen. Huh? Es war so schön. Huh? Oh, was ist das? Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ey, leck nicht auf und davon. Ich bin schneller. Ich muss in die Bremse reinhauen. Oh, das ist das Kompion von mir gesehen. Das habe ich nur gesehen. Wo ist er hin? Mein Gott, verfolge die Pixi. Ich habe sie in der Sonne verloren. Oder im Mond. Wie auch immer. Wie habe ich sie? Ich habe sie in der Sonne verloren. Was ist das denn... Was ist das denn? Wissen Sie hin? Wissen Sie! Wissen Sie, die ganzen Questmobs noch, die ich noch alle erledigen muss. Es war das sie. Was heißt das? Vielleicht ist es ein Navigation Pixie mit Yui? Ja. Nein. Als ich die Daten von Pixie hatte, kann ich sagen. Ich wollte mich über die Navigation Pixie und die Private Pixie verstehen. Ich wollte mich über das Gespräch zu verstehen. Ein Gespräch? Dann habe ich mir gesagt, was du? Ja. Ich habe mich über das Gespräch zu haben. Ich möchte mich über das Gespräch zu haben. Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist gut, aber... Pixie, warum ist das so? Ich weiß nicht, dass die Menschen in diesem Weltraum nicht genannt haben. Ah, das ist der Welt, was der Welt. Ja. Aber das ist ein Problem für die PIXI-Konferenz der Welt. Eigentlich ist PIXI-Konferenz ein Richtiges. Ich denke, dass ich das nicht so, dass ich mich für den Entschuldigung erinnere. Na, naher... Das ist ein Problem für die Welt. Das ist ein Problem für die Navigation PIXI-Konferenz. Ja, das war ein Spiel, das ALO zu starten. Natürlich gab es viele Leute, die wir in der Start-A-O haben. Doch als wir in der Start-A-A-O waren, war es auch ein Problem, dass wir die ALO-A-O haben. Und das war ein Problem, aber wir hatten viele PIXIE. Das ist ... dass wir die Spielerinnen und Spieler haben, die die Spielern zu lernen? Ja. Aber wir haben die Zeit, bis zur Verfügung zu erhalten, und die die Spielern mit dem Online-Games zu erhalten, die die Spielern zu nutzen, die Spielern zu erhalten haben, die wir in der Zeit haben. Ich habe das Gefühl, dass die PIXI nicht möglich ist. Entschuldigung. Ich habe das Gefühl, dass ich die Verlust der Welt verletzten. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Wahrheit verletzten. Aber ich wollte auch wissen, dass die Scho-Yong-Sei auch die Scho-Yong-Sei existiert haben. Oh, das stimmt. Die Spieler haben, dass die Scho-Yong-Sei mit den Scho-Yong-Sei gegründet haben, die Scho-Yong-Sei mit den Scho-Yong-Sei gegründet haben. Und auch... Hä? Ich habe mich schon gewundert, wo der Boss bleibt. Das ist der letzte Boss? Das ist der letzte Boss von Pixie-Quest? Pixie-San, ich werde die Geschichte später hören. Jetzt ist es der erste Scho-Yong-Sei. Ah, ja. Die Scho-Yong-Sei-Ai, ich habe mir nicht gewusst, aber es ist der Fenster des Boss-Troops. Oh, wie ist es? Ich habe mir nicht mehr als die Scho-Yong-Sei gegründet. Aber es gab es nur die Scho-Yong-Sei, in der anderen Seite zu sagen. Oh, das stimmt. Ok, der hält ein bisschen weiter. Hier ist ja die vorher mal ein Wechsel aufgebaut. Hier sollen die mehr Schaden machen. Röner haben wir schon mal ein Ball gerechnet. Ja, guck's immer. Oh, das ist so gut. Übertreibt es aber, hm? Oh, das ist echt gut, denn so einfach. Ich bin so glücklich, dass ich mit dem Gehirn bin bin. Ich bin auch der Gehirn. Starburst! Striebe! Ich bin der Gehirn. Ich weiß, jetzt dreht er wieder am Rad. Das ist mich nicht. Oh, der Feuer ist auf den Deckel gegeben, der übt. Oh, ha, ha, ha. Ah, fertig. Urikalkum. Naja, brauch ich bestimmt. Mide. Kram. Ja. 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 Ja, doch. Hoffe ich. Ja. Ja. Ja.